mein rtl meins ist das jetzt ich übernehme den ganzen scheiß hier mein rtl meine lieben schlingel sind meine lieben schlingelinen ich begrüße euch und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal und willkommen zurück auf dem server rtl den wir natürlich nach wie vor an uns reißen wir beginnen den neuen tag so wie wir jeden tag beginnen wir drehen vollkommen durch und das sogar 20 mal denn hier habe ich genug lucky coins hier läuft also feuer frei genau einmal aber dafür gab es relativ viel gold ist jetzt gar immer so schlecht so hier sieht es recht gut aus und 45 minuten gibt es einen neuen edelstein gleich gucken wir da mal ja es ist ziemlich genau drei minuten nach zwölf aktuell also ich weiß wie spät es ist ich kann nur lesen ich bin da gar nicht so schlecht drin in 70 hatte ich sogar gestern erst neun geholt nee die vier die vier abs sind es mir nicht wert es ist mitten in der nacht ja bruder ich weiß mitten in der nacht alles klar aber mord und tod stark kennt keine uhr zeit ja muss schon sagen so eigentlich ja schon ein upgrade weil man muss halt auch sagen unsere waffe hat echt null spannende aber wirklich null die waffe ist eigentlich gut für für arena kämpfe und die hier die wir eigentlich gut für rates weil sie halt eine relativ annehmbare spannende hat also das muss man schon klar sagen kostet ja auch über 1000 wobei ich probiere das jetzt mal aus das habe ich nicht immer so gelernt so ja muss viel spannende haben und so rechts raus links raus blablabla also zum verständnis links raus ist der minimal schadenswert und rechts raus ist der maximal schaden werden also die zahl die links steht die zahl die rechts steht und je höher die spanne ist desto höher ist die gritt variabilität also das heißt der gritt kann ja basierend auf dem linken schaden doch den niedrigen schaden kommen und der gritt kann auch auf dem rechten schaden das heißt je größer die spanne ist desto gestörter können die gritt sein die rechts raus kommen also die dann raus schlagen hier sieht man das eigentlich ganz gut beim schwarmstab ist es so mein rechtsrauswert danke ganz ruhig kriegen mein rechtsrauswert ist bei 177 base damage und bei dieser waffe hier wäre er bei 252 base damage das ist natürlich noch mal eine hausnummer und der durchschnitt schaden ist in anführungsstrichen nur 13 punkte höher macht also viel aus so in der arena soll man aber die normale nehmen habe übrigens bis 12 uhr noch komplett gestern die kämpfe für ep hinbekommen war ich gar nicht mehr so und stolz auf mich ich denke mal ich nehme kundi und werde ihn versuchen zu rasieren bis jetzt ist das so ein klassischer kundi krieger fight wie sie früher schon waren der kundi war ich die ganze zeit aus der krieger hat ja ein drittel mal die chance auszuhören oder zu blocken aber wenn er ein krit zieht dann haut er halt auch böses damage rein also das war so ein klassischer kampf kann ich mal schlecht ziemlich ausgeglichen doch also der war schon er hat nicht unverdient gewonnen sagen wir mal so so dann rüsten wir aus so wir gehen in den dungeon den haben wir besiegt den haben wir besiegt also muss jetzt daran mit 54 jawohl aber aber ich möchte hier auf die ganzen liste mal schnell schauen nach stufe sortieren 54 da also krieger ist der gute krieger ist der gute dann sind wir mit kundi perfekt gekippt ach so ein bisschen skillen können wir auch noch tatsächlich 40 40 das doof ist ich hatte ich dann mal im dach habe ich noch ein bisschen was vor und wollte deswegen relativ viel skippen beim questen bei dem hier spiele ich 300 alu der hat natürlich nur neun treibstand und das wird nichts und der andere account bei dem ich 100 spiele der hat mehr als genug treibstand uhren logik egal ist also dann mal schauen wie wir uns anstellen beim ersten versuch des heutigen tages mal sehen was da so kommt also ich muss sagen dass wir die kundschaft der klasse angenommen haben hat man kaum gemerkt war schon also die grazile art der katze war jetzt weniger zu erkennen so was man hier oben hat den spieler okay hallo grüße dich so was hast du denn hier feines jawohl also alt bekanntes spiel in der stunde wird wieder mal der dungeon versucht und höher dann bis dahin wir kommen bei dem spiel der turbo stunden ein spannender kampf den ich für mich entscheiden konnte ich habe sogar ein kleines item bekommen also ich habe mal angetippt deswegen okay endausdauer so wie sieht es denn hier aus eigentlich schon besser das hat zwar ein sockel von edelsteiner um dann kriege ich ihn nicht so viele weg mit so dann müssen wir ausrüsten diese waffe weil wir gehen in den dungeon und versuchen den hier warm war es waren krieger wir mussten kunden die nehmen genau jetzt bin ich mal gespannt ob sich das überhaupt in irgendeiner weise bemerkbar macht das blöde ist halt wenn man dann gegen diesen krieger okay weil wenn du gegen kunden kämpft ist es blöde du mussten erst mal treffen also 12 k ziemlich konstant gar nicht schlecht 26 1 halb höher nicht schlecht 15 5 und 19 als normaler schlag klar weil 46 k außerdem wie immer früher noch glück oder nein drei attribute nice ja nice wollen hier schönes er hat sind ja zwar kein sockel aber rein mit geil gegönnt ja also ja nicht schlecht also da muss ich sagen doch doch das war jetzt kein schlechter versuch tatsächlich das sind eh beides alternativ tränke naja mal schauen wir mal glück haben bekommen wir noch mal einen großen intrank da könnten wir sogar schon auf perfekte tränke ausrüsten ich wollte es hat nur jetzt so lange blättern denn das ist doch relativ pilzintensiv muss man sagen ja kann man zwei zwei mal versuchen ja glück würde ich rauskaufen würde den verkaufen macht jetzt nicht so viel aus weiß ich aber ja in 70 schön dass was gerade ausgerüstert haben so in 71 worts waren der vor besucher das ist halt das schlimme am anfang man kann so oft neue items kaufen um sich zu verbessern das ist einfach nur krank weil du bist halt echt nur das wollte ich gar nicht du bist echt so schlecht dann am anfang naja dann kannst du nach jedem level ab sowieso neue items haben das heißt wenn du hier nach tränken blätterst ach man warum denn ohne dann kannst du eigentlich permanent neue sachen kaufen ihr könnt ihr schon neu holen 20 punkte besser aber das mache jetzt nicht es wäre sehr nett liebes spiel wenn du jetzt mal sagen würdest kommen hier ich bin dir jetzt einfach mal einen großen intrank ich bitte darum ach so wenig gold das mal ja ein glück sind wir noch am ep farmen jetzt genug ja einen hätten wir noch etwas gutes nach natürlich nicht war ja fast zu erwarten na gut oder wir versuchen trotzdem noch mal in der arena ach so dass heute mir die andere waffe ausrüsten ab in die arena wir kämpfen gegen ich würde mal sagen dass kriegerlein dass das verrückte kriegerlein kriegt von uns jetzt auf die ohren das kriegerlein nein wir rüsten das kriegerlein aus damit das magie allein auf die ohren kriegt mein gott es ist zu spät es ist zu spät der tag ist zu lang es wird zeit dass ich ins bett kommen ohne müll so ja haben wir alles gemacht ach wisst ihr was wir gucken mal als nächstes sind wir bei 58 60 56 die nice ist jetzt dran schauen wir mal kurz rotlicht zu kubo ist kundi ja da würde ich sagen ja wussten wir kundi aus das dürfte da das cleverste sein nein da wollen wir ja die versuchen ein paar mal bis 90 pilze würde ich mal sagen probieren was mal mal sehen was passiert das schön ist von den stats her sind wir uns ziemlich ähnlich sogar ach jetzt wäre die andere waffe drin alter das war ja mal ein böser krit zum schluss der hat ja mal richtig weh getan das war ja hat es aber böse rasiert die alte hier mann 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 er merkt es geht halt richtung sommer die hat halt schon extrem wenig an der hier unten in der höhle da muss schon sehr warm sein man sagt eigentlich in höhlen ist relativ kühl aber ne scheint nicht so sein ja sieht schon deutlich besser aus also ich habe das 90 würde ich das kann mal runter probieren ja sie schon besser aus tut auch nicht so tut auch wieder anders ach komm schon ich sag mal so es ist kunde gegen kunde also mit glück licht hier sowieso gleich das blöde ist wenn ich jetzt gibt und sagt kommen überspringen 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 dann sieht man das ja gar nicht gut machen das über das postfach auch wieder nachholen ich finde das mal blöd wenn man sowieso es gibt und die kämpfe zeigt das finde ich immer ein bisschen doof ich mache so selten kritz das der wahnsinn kommt schon seit jetzt eigentlich nur noch ein krit zum schluss gefehlt da hätte die gelegen die gute da wäre es rum gewesen schön klar ich mal krit muss ich mir auch rein um die ohrhahn hauen das ist ganz wichtig ist ja nochmal cool einfach zu sagen hier kommt zwei kritz nacheinander das wäre schon wäre schon ja gelegt 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 habe jetzt nicht mit gerechnet aber gelegt gelegt es ist mitten in der nacht welche mit ich aber ist da was ich werde jetzt einfach so lange bis ich den großen in trank recht danke jetzt habe ich genug gold so doch zwei tage ist da was wir können mal wir können mal aufheben aufheben großer drang großer drang großer drang jawohl in 73 das ist eine minimale marginale verbesserung in 84 aber nein passt so ziemlich genau und dann schauen wir mal kurz im dann vorbei hier kommt der abscheuliche dämon stufe 66 der erst noch lange nicht dran stufe 60 ok und stufe 58 ja dann wäre pirat düsterbart an der reihe weiß ich gar nicht geguckt was er ist aber geschickt das passt eigentlich schon ganz gut theoretisch hätten wir natürlich jetzt das ist schon ein leben ich habe 180.000 leben und er nur 169.000 das heißt dann schon gegner weniger leben zu haben als ich als charakter das ist schon sagt schon einiges aus wäre den noch ausgewichen da was den versuchen wir jetzt noch mal ich raste mal vollkommen aus hier was soll der spaß ich dachte schon jetzt gibt es den versuchen dass ich einmal treffe oder so also häufig war es bis jetzt nicht ich dachte jetzt ganz kurz aber wirklich ganz kurz wir treffen noch geil weil es hat bei dem kritzen beschluss er hat mich 105.000 leben ins minus gezogen und ich habe gerade 180.000 das heißt er hat mich mit dem letzten schlag fast doppelt getötet es war ein overkill klassischer komm 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 sei doch nicht so gönn doch mal ne der haut immer zum schluss so harte kritz raus wahnsinn also der ist definitiv drin also der ist definitiv legbar da lege ich mich ziemlich genau fest also ich bin ja nur noch quasi elf punkte unter seinem hauptattribut und meinem und mit meiner ausdauer bin ich sogar drüber mit glück bin ich drüber das heißt ich bin fast komplett über ihm drüber das heißt es wird zeit sein kritz zum schluss das schlimm ist ja sind wir dann so einer range dass man ihn theoretisch mit einem kritik legen könnte das ärgert mich jetzt schon ein bisschen hart jetzt bin ich schon ein bisschen echt hart angefixt also das nervt von den jetzt bringen wir halt die die kritz fast gar nichts denn ich hätte gerne die kritz dann wenn wenn es richtung ende des kampfes geht und ich richtig der mit raushauen das war schon mal schlecht jetzt geht es voran jetzt geht es richtig voran so 62 aber war doch irgendwo 60 ja der krimmige wolf das ist immer der wolf grimmiger wolf ist auch ein kundiger da können wir als grund ja ich bleiben oder zwei pilze wollte jetzt noch ausgeben würde ich sagen probieren wir mal denn man sieht so viel stärker ist der gute eigentlich gar nicht also hier wäre natürlich mit pilzglück man muss auch ganz klar sagen wenn ich deutlich mehr pilzen würde und da auch deutlich mehr in dungeon price investieren würde wäre ich natürlich schon deutlich weiter das ist ganz klar ich versuche halt halbwegs moderat noch zu spielen und nicht so viel geld auszugeben dafür denn es muss nicht sein aber dann ist ganz klar man sieht es auch hier gerade als kundi hat man halt die permanente chance durch das ausweichen kann man fast jeden gegner klatschen außer ein magier weil der nicht weil ich dem seine attacken nicht ausweichen kann aber sonst noch radikaler ist natürlich der berserker denn 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 ewig stiefel denn der berserker hat alle im vorteil er trifft selbst beim magier seine seine streak das ist natürlich das klare der klare vorteil vom berserker na also jetzt langsam wird es ja mal hier richtig gut und das war genau 80 pilze genau das was ich erreichen wollte ja also also wenn es läuft dann läuft mein gott wieder elf minuten depart ja nee kein thema dann bis gleich noch mal so da ist er wieder zum letzten appell des tages schauen wer als allererste warte gilt hat sie irgendwas getan nein wir werden nicht angegriffen immer schön fleißig melden das ist immer wichtig so hier ist auch keine abfahren bar gehen wir als allererstes mal geschick stein das ist also was dem brauche ich definitiv nicht also den kann ich der 798 gold die holen wieder so wieder das macht mehr sinn in meinen augen auch immer sagen kann wenn ich jetzt geschickt ausrüstet den stein steigt ja mein geschick wert und somit auch die resistenz gegen kundis aber das hier ärgert mich ein bisschen denn ich habe noch ein bisschen was und ja wir dann nachher mit dem kevin noch mal an tour und naja beim handy noch nebenbei geklickt wird nur die alu fertig gemacht das kriege ich schon irgendwie hin denke ich mal so dann schauen wir mal wen greifen wir an und wen rasieren wir da will ich mal sagen aufgrund der geringeren ausdauer ist es ist konrad die konrad jene daran da die waffel jetzt ausrüsten und ich kriege jetzt muss gerade bild und wo nämlich warum es nicht geht so richten wir überhaupt was aus wer ist mit du ich danke toll ein grid hätte funktioniert aber naja ich glaube auch dass es mit dem waffen das ist ein bisschen mumpitz aber okay so dungeons dungeons 64 wo bauen wir denn eigentlich 62 ach kommt zweimal nacheinander das kann nur der sein 62 ja und ich habe die falsche kippt naja egal haben wir das kriegen krieger das geht auch noch halbwegs halt nicht wenn er permanent hier so mit kritz um die ohren haut und ich halt einfach nicht genau ja nee alles klar ist theoretisch nur als kundi machbar okay so so ja wie eben war durchgeschaut das soweit fertig ich klicke mich dann weiter mit alu durch kann schon eine quest annehmen annehmen so nein da wollte ich nicht da wurde hin also wie sieht es aus heute sind wir auf 1855 stand jetzt die gilde nach wie vor auf platz 14 die festung auf 8 rang 814 es geht stetig nach oben also schon mal geil die top 1000 schon lange geknackt und ja mal schauen wie weit wir vorkommen und wie lang es hier dauert die top 1000 zu knacken da bin ich mal gespannt und dürft ihr auch sein aber für heute war es das erstmal wir sehen uns morgen wenn es weitergeht auf dem rtl server bei shakes and fidgets bis dann und und Untertitelung des ZDF, 2020